Hallo! Python-Programmierung, Klassen in Python, Vererbung. Die Zeilen wurden im Voraus gespeichert als Datei Beispiel, Klasse racer.py im persönlichen Order und die Datei wurde als ausführbar markiert. Vererbung ist ein weiteres mächtiges Element der OOP. Es ist damit möglich, Attribute und Methoden von anderen Klassen zu erben und weitere Attribute und Methoden hinzuzufügen. So können bequem Klassen konstruiert werden, die aufeinander aufbauen und sich gegenseitig erweitern. Oben wurde bereits die Klasse K, das heißt von Zeile 4 bis Zeile 20, für eine fiktive Rennsimulation definiert. Durch Vererbung lassen sich spezifische Klassen von Autos erstellen, etwa eine Rennwagenklasse mit hoher Beschleunigung und hoher Endgeschwindigkeit. Die Definition von Beispiel Klasse racer.py ähnelt sehr der bei der Klasse car. Allerdings wird hier von K geerbt. Zeile 22. Die neue Klasse racer hat also zunächst die gleichen Attribute und Methoden wie die Klasse car. Die init-Methode unterscheidet sich aber schon deutlich. Sie kennt neben dem Parameter self, nur noch den Parameter color. Nun wurde zwar von der Klasse car geerbt, diese wurde aber noch nicht initialisiert. Irgendwie soll die racer-Klasse ja die gleichen Attribute erhalten, wie die k-Klasse, speed, acceleration, etc. Dies geschieht in Zeile 24. Die init-Methode wird hier deshalb explizit aufgerufen, damit als erster Parameter self eine Referenz auf das neue racer-Objekt übergeben werden kann. Nach der Initialisierung in Zeile 24 hat das racer-Objekt also die Attribute speed, max speed und acceleration mit den Werten 0, 400 und 10. Außerdem noch das Attribut color. In Zeile 25 erhält die Klasse racer ein zusätzliches Attribut. Da die Wagen der racer-Klasse eine manuelle Schaltung erhalten sollen, wird der gerade eingelegte Gang an das Attribut current gear gebunden. Die Bedeutung der drei Funktionen honk, shift up sowie shift down, lassen sich gut ablesen. Ok, speichern und ausführen. Python, Leerzeichen, Beispiel, Klasse racer.py Zunächst wird also eine Instanz der Klasse racer erstellt in Zeile 38 und an den Namen Ferrari gebunden. Der Aufruf der Methode honk führt bei Instanzen der k-Klasse zur Ausgabe von tutut, bei Instanzen der racer-Klasse aber zu tutututut, also dreimal tut. Die Methode honk der Klasse racer überschreibt also die gleichnamige Methode der Elternklasse. Die neuen Methoden shift up und shift down erweitern die ursprüngliche K-Klasse. Wiederum wird deutlich, dass die Methode Acceleration, Verzerrung, die Methode Accelerate offensichtlich von der K-Klasse geerbt wurde. Obwohl sie in der racer-Klasse nicht definiert wurde, steht sie zur Verfügung und zeigt das gleiche Verhalten wie in der K-Klasse. Also Zeile 41 und Zeile 42. Das sind die Ausgaben. Okay, ciao und viel Glück! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!